Tja, Freunde, wir haben heute wieder mal ein Thema zu behandeln, das in der Praxis immer wieder vorkommt, vom medizinischen Establishment weitgehend ignoriert wird, aber eigentlich wissenschaftlich ganz gut untersucht ist, hat schon viele Erkenntnisse dazu und kurz zusammengefasst, worum geht es, dass ein Hormonersatz mit Thyroxin, also T4, ein Schilddrüsenhormonersatz, immer das Problem hat, der Frage, wie weit wird das im Körper überhaupt aktiviert, also wird das wieder ausgeschieden und verändert, wird es in die aktiven Unterhormone umgewandelt, um die es hier geht und etwas, was ja auch kaum beachtet wird, ist, dass es knapp 30 Hormone gibt, die im Körper Wirkung zeigen, die alle aus dem T4 theoretisch hervorgebildet werden können, was aber je mehr Schritte dafür notwendig sind, umso weniger stattfindet. Darüber habe ich schon öfters gesprochen, heute wollen wir aber im Schwerpunkt besprechen, dass es viele Situationen gibt, Krankheiten, Störungen, wo das, was normalerweise ganz gut umgewandelt werden könnte, nochmal behindert wird und nochmal weniger entsteht. Und das hat einen Begriff, der kaum auszusprechen ist, Euthyroid Sickness Syndrome, oder Syndrom auf Deutsch. Euthyroid, also Euterose, ist eigentlich ein Begriff dafür, dass die Schilddrüse gut arbeitet und man mit Schilddrüsenhormonen gut versorgt ist. Und mit Sick Syndrome meint man eigentlich, dass eben zwar labortechnisch vorgespiegelt wird, dass man gut mit Schilddrüsenhormonen versorgt ist, man aber konkret Hirnprobleme hat. Und das ist jetzt bedeutsam insofern, als wir ja gewohnt sind, wenn wir ein Schilddrüsen-Thema haben oder vielleicht uns einfach nicht wohlfühlen, dass wir zum Arzt gehen oder zur Ärztin gehen, Labor bestimmen lassen, das TSH bestimmen lassen meistens, vielleicht auch die anderen Schilddrüsenhormone. Und wenn das normal ist, der Wert, dann heißt es, sie sind gesund. Und wenn man sagt, ja, aber ich habe Probleme, dann heißt es ja, sie bilden sich das ein oder es liegt nicht an der Schilddrüse. Gut, ja, in diesem Vortrag wollen wir da ein bisschen näher drauf reingehen. Und ich habe es ja polemisch jetzt schon getitelt, dass man sagt, anstatt ein fast nicht verständliches Wort zu verwenden für diese Krankheit, können wir gleich mal ganz konkret werden. Wenn ich eine aktive Autoimmunkrankheit habe, dann habe ich sehr häufig dieses Phänomen und das könnte man auch nennen, dass Hashimoto kann mit L-Troxin kaum behandelt werden-Syndrom. Also es gibt verschiedene Synonyme, man nennt das die Nicht-Schilddrüsen-Krankheit, das Nicht-Schilddrüsen-Krankheitssyndrom, so wird es übersetzt aus dem Englischen, oder die Nicht-Schilddrüsen-Krankheit oder das niedrige T3-Syndrom, Low-T3-Syndrom, schwirrt öfters mal rum als Begriff. Da gibt es einen Begriff der Schilddrüsen-Hallostase. Damit meint man ja auch wieder das Gleiche, dass eigentlich die Schilddrüse zwar gut arbeitet, aber was ihre Arbeit jetzt im Körper so bewirken kann, das kann man den Hormonspiegeln ablesen, ist dann reduziert. Und das findet eben statt, bei verschiedenen Krankheiten, und da nennt man es dann, die sogenannte Schilddrüsen-Hallostase bei kritischer Krankheit, Tumoren, Urinie und Hunger, das ist das Tacitus-Syndrom, auf Englisch zumindest. Man sollte das vielleicht also jetzt mal ein bisschen verklaren, indem man sagt, man kann diese Syndrom nehmen, dass man kann einen Laborwert nicht ablesen, wie man mit Schilddrüsen-Hormonen versorgt ist-Syndrom. Also wir sollten endlich aufhören, nur Laborwerte zu bestimmen und in der Interpretation von Laborwerten diesbezüglich dann unsere Schlüsse ziehen. Und wenn man es noch einen Schritt weiter macht, dann könnte man sagen, das ist, dass wenn ich eine Autoimmunkrankheit habe mit LT-Nichtbehandelbar-Syndrom, aus verschiedenen Gründen, darauf wollen wir ein bisschen eingehen. Es handelt sich also um eine Veränderung im Schilddrüsen-Hormonstoffwechsel, der bei bestimmten Situationen eintritt, ohne dass die Schilddrüse selber erkrankt ist. Und dann ist eben die Frage, warum? Warum funktionieren diese Hormone weniger? Warum finden wir einen niedrigeren Spiegel von T3, was als das einzige aktive Hormon so bestimmt wird? Und das ist natürlich der erste Verdacht, dass es jetzt die Steuerhormone betrifft. Normalerweise ist das Gehirn dafür zuständig, ist der Hypothalamus dafür zuständig, das Dyrotropin-Releasing-Hormon zu bilden. Und dann bestimmt dann der Spiegel an diesem TAH, wie viel TSH oder Dyrotropin entsteht. Und je höher das TSH steigt, desto mehr müsste die Schilddrüse arbeiten, desto mehr T3 müsste auch gebildet werden. Okay, vielleicht ist dort die Störung. Und dann weiß man, dass manche Medikamente Störwirkungen machen, darauf werden wir nachher kurz eingehen. Ja, okay. Und dann gibt es die sogenannten dyshormostatischen Veränderungen, was das immer auch bedeuten soll. Aber kurz zusammengefasst, wir sehen, dass das FT3 relativ niedrig ist, wenn wir das bestimmen lassen. Und das FT4 und TSH gleich bleiben, obwohl ein niedriges T3 eigentlich ein Hinweis wäre, dass die Versorgungslage im Körper nicht so gut ist. Mit Schilddrüsenhormonen. Dann müsste das TSH ansteigen und mit dem TSH-Impuls, wenn der stärker wird, müsste auch wieder mehr Produktion von Schilddrüsenhormonen passieren, was man am T4 ablesen könnte. Das findet aber nicht statt. Und welche Situationen können das auslösen? Da haben wir eine breite Palette. Also man findet das Phänomen öfters im Krankenhaus, wenn jemand schwer erkrankt ist. Also er geht mit Herzversagen, mit Herzinfarkt. Auf die Intensivstationen, dann haben die meisten das, oder eine große Anzahl. Man findet es bei Lungenentzündungen, bei Nierenversagen. Man findet es aber auch bei Phänomenen, die öfters mal vorkommen. Vor allem bei Frauen, zum Beispiel in der Schwangerschaft. Schwangerschaft soll ja keine Krankheit sein. Warum ist es dort so? Da geht es ein bisschen um Spekulationen, was das bedeuten könnte. Und da gibt es jetzt generell das Phänomen, dass Ausnahmesituationen hormoneller Art solche Veränderungen hervorrufen, wo dann auch immer wieder mal das RT3 ansteigt, dieses Reverse T3, das gerade in früheren Jahren sehr viel beachtet wurde, das eigentlich eine blockierende Wirkung hat. Es hat eine bremsende Wirkung auf die Nebennierenfunktion zum Beispiel. Und wenn ich dauerhaft sehr hohes RT3 habe, dann kann ich weniger gut auf Stresssituationen reagieren und eingehen. Warum das jetzt zum Beispiel in einer Schwangerschaft so diese Konstellation auftreten könnte, ist in dem Sinn noch nicht richtig verstanden. Ein ähnliches Phänomen finde ich interessanterweise, wenn ich Training mache. Also dieses Youth Arate Sick Syndrome ist ja so vor 50 Jahren das erste Mal so ein bisschen aufgetaucht als Wahrnehmung eines Phänomens, das im Ausdauertraining öfter stattfindet. Also Spitzensportler, die viel trainieren, die haben das auch. Und das kann in verschiedenen Richtungen gehen, aber es kann eben passieren, dass das T3 dann relativ niedrig ist, aber T4 und TSH nicht darauf reagieren. Das findet bei Fehlernährung statt, bei Hunger, wenn man dann auch stark Gewicht verliert. Also gerade wenn ich so ein Untergewichtsphänomen habe, das kommt aber auch vor, wenn jemand Übergewicht hat. Also nicht mal da hat man so eine ganz klare Erkenntnis, warum das stattfindet. Und dann, das ist interessant, es wird im deutschsprachigen Internet praktisch nicht diskutiert, aber kaum geht man auf das englischsprachige Internet und sucht dann Daten zu diesem Phänomen, da wird sofort angeführt, dass das bei Autoimmunkrankheiten stattfindet, dass das bei chronischer Schöpfung stattfindet, dass das bei Depressionen festgestellt wird, gerade bei einer wahrnehmbaren, sehr starken Depression, also einer Major Depression, und bei Infektionen. Und jetzt sind wir plötzlich in diesem Bereich, wo wir ja sehr häufig eine akute, aktive Hashimoto finden und die ja bei sehr vielen Menschen stattfindet. Hunderttausende sind das sicher in Deutschland, die momentan darunter leiden. Das ist ein Autoimmunphänomen, das oft im Vorfeld eine Virusentzündung hat. Epstein-Barr-Virus-Infektion, auch bei Covid-19 hat man es jetzt gefunden. Also Infektionen. Das ist bei Menschen, die eher davon betroffen werden, weil sie in der Phase einer chronischen Überlastungssituation sind, also die Nebennieren zu stark beanspruchen und schon eine Nebennieren-Schwäche haben und schon in einem Burnout vielleicht auch gelandet sind. Ja, und die nicht selten auch beschweren, eine Depression haben. Das heißt, wir sind hier in einem Themenfeld, wo dieses Euthyroid-Sickness-Syndrom stattfindet, das wir behandeln müssen, wenn jemand jetzt eine akute Hashimoto hat und diese Hashimoto führt dann zu einer Schilddrüsenschwäche. Und wenn man dann zum Arzt geht, ist einfach die Frage, was kann ich labortechnisch hier konkret feststellen? Und dort gibt es eben einige, die dieses Syndrom schon im ausgeprägten Maße haben und dann ist das TSH gar nicht so hoch. Ja, aber am niedrigen T3 könnte man schon Hinweise darauf finden, dass es sich um dieses Problem hangeln könnte. Und jetzt wäre das wieder ein starkes Argument dafür, was ich eben immer wieder propagiere, dass man mit der Körpertemperatur und der Art der Beschwerden festhält, was an Störungen erlebt wird und sich auch objektiv in einer Störung der Temperaturbildung aufgrund einer mangelnden Wirksamkeit von Schilddrüsenhormonen darstellt. Das heißt, dass man sich nicht nur auf die Laborwerte verlässt. Es geht im Grunde genommen auch darum, dass wir in der Diskussion über Schilddrüsen-Themen leider immer noch, immer wieder nur über T4 sprechen, das, was es als L-Tyroxin, als Hormonersatz gibt und über das T3 als aktives Hormon, obwohl man weiß, dass das Diotyronin, das 3,5-Diotyronin, T2, viel stärkere Wirksamkeit entfaltet im Körper als das T3. Und im Youth Thyroid Sickness Syndrom hat man gesehen, dass einige davon einen Anstieg von dem T2 haben. als Ausdruck der Not und eines Hormonbedarfs. Dieser Laborwertbild aber gar nicht gemessen. Und was jetzt Menschen mit einer akuten Hashimoto haben, ist, dass sie insgesamt eine Schwächung der Schilddrüse haben. Das heißt, sie bilden schon mal weniger von den Hormonen, die sie brauchen. Wenn sie aber dann das LD bekommen, haben sie hier ein Hormonpräparat, dass in dieser besonderen Situation des Youth Thyroid Sickness Syndroms viel schlechter noch verstoffwechselt wird, als bei jemandem, der es vielleicht gar nicht so braucht und nicht in dieser Autoimmun-Thematik befangen ist. Nicht so schwer krank ist. Weil je schwerer man krank ist, desto weniger wirkt dieses Hormonpräparat. Und da gibt es eine klare Alternative, das wäre eben jetzt vom Schwein oder Rind verfügbare, getrocknete Schilddrüsen. Präparat nennt man Schilddrüsenextrakt oder Vorschilddrüse. Kann man zum Teil sogar rezeptfrei im Internet schon bestellen. Und das ist eine klare Alternative, weil in diesen getrockneten Schilddrüsen eines gesunden Säugetiers, kann man jetzt mal so pauschal sagen, die benötigten aktiven Hormone ja prinzipiell mal schon vorhanden sind. Weil die natürlich nicht an einem Youth Thyroid Sickness Syndrom leiden. Zumindest, wenn es keine sehr stark gequälten Massttiere sind. Darüber müsste man auch noch sprechen. Gut. Jetzt ist es so, dass Medikamente, die bei der Behandlung von Schilddrüsenkrankheiten öfter zum Einsatz kommen, auch dieses Syndrom auslösen oder verstärken können. Und da habe ich jetzt schon mal das Phänomen, wenn ich ein jodhaltiges Kontrastmittel einsetze, weil jemand Beschwerden hat, wenn ich Propranolol einsetze, das wird häufig gemacht, wenn jemand eine Überfunktion hat oder Herzklopfen hat, wird dieser Beta-Block eingesetzt, um den Herzschlag zu verlangsamen. Diese Einflüsse vermindern die Umwandlung von T4 in T3. Das heißt, das hat auch schon mal zur Folge, dass von einem dieser wichtigen aktiven Schilddrüsenhormone weniger entsteht. Und dann gibt es oft das Phänomen, dass Corticosteroide gegeben werden, also Cortisonabkömmlinge und die haben die Wirkung, dass T4 und TSH dadurch gesenkt wird. Die Senkung des TSHs gibt sehr vielen Kollegen die Illusion ein, dass es sich hier um ein Schilddrüsen- Überfunktionsphänomen handeln könnte, wird aber in dem Fall einfach durch die Cortisonwirkung hervorgerufen. Und es ist eben hier die Frage zu stellen, wenn die Nebennieren eines Menschen, der jetzt erkrankt ist, zwischendurch zumindest überschüssiges Cortisol ausstoßen, dann kann es auch das TSH senken. Und das kann auch die Illusion hervorrufen, dass eben jetzt eine Schilddrüsen-Überfunktionsbefürchtung ist, oder dass das eine latente Überfunktion schon ist, weil das TSH ja niedrig ist. Sehr häufig passiert das aber und wahrscheinlich viel häufiger als so eine sogenannte latente Hyperthyreose, ist das Stadium eins der Nebennieren-Schwäche, wo ich nächtliches erhöhtes Cortisol habe. Und das wirkt sich eben sehr stark so aus, dass tagsüber zwar schon Erschöpfungsphänomene deutlich wirksam sind, der Schlaf weniger erholsam wird, tut das nächtlich erhöhte Cortisol und dann findet man auch ein niedriges TSH und dann beginnt man die Schilddrüse zu blockieren, obwohl ja eigentlich auf der Ebene der Nebennieren diese Störung behandelt werden müsste. Allgemein ist es so, je schwerer krank ich werde, je mehr sich mein Körper eben jetzt der Bekämpfung einer Krankheit bieten muss. Das sind Dinge wie, wenn ich jetzt eine schwere Infektion habe, zum Beispiel ich habe eine Grippe, sprechen wir einfach mal darüber, dann geht schon mal die Bildung dieser Schilddrüsenhormone in eine andere Richtung, dass weniger T3 entsteht. Was aber öfters dann passiert ist, dass das Universe-T3 steigt, dass labortechnisch dann bei der Bestimmung die Illusion hervorrufen könnte, dass es sich hier um das aktive T3, das Triodthyronin handelt. Das ist aber Reverse-T3, das die gegensätzliche Wirkung hat. Und dann steigt oft auch dieses 3,5-Diodthyronin an. Und dieses Phänomen findet man sehr stark bei Menschen, die eine akute Hashimoto haben, weil nämlich von mehreren Richtungen dieses Phänomen dann auftritt und sehr eine große Rolle spielen hier die Zytogene, also die Entzündungsfaktoren. Die Umwandlung von T4 in aktive Hormone wird durch Deodynasen oder Deodasen heißen die oft auch bewirkt, da gibt es jetzt 3, die bekannt sind und hat relativ gut erforscht, wie jetzt die Umwandlung von T4 in T3 erfolgt, von T3 in T4, von T4 in RT3 und von T3 in T2. Also man hat sozusagen einen kleineren Ausschnitt diese Aktivität recht gut schon darstellen können und kurz zusammengefasst jetzt in dieser Thematik diese Diodynasen arbeiten schlechter bei diesem Syndrom, deswegen wird L-Toxin schlechter umgewandelt. Dann haben wir das Phänomen, dass die Steuerungshormone des Gehirns runtergefahren werden in dieser Situation, das heißt das Gehirn versucht die Schilddrüse auch weniger stark anzuregen, das ist auch ein Problem. Und dann habe ich aber vor allem dieses Phänomen, dass die Zytokine, also wenn ich eine akute Entzündung habe und da zählt jetzt die aktive Hashimoto dann dazu, werden nicht nur die Deo oder die Nasen weniger aktiv, sondern die Schilddrüsen Hormonrezeptoren in der Zellwand und die Hormontransporter in der Zellwand gehen zurück, sodass auch Schilddrüsen Hormone weniger die Zellen des Körpers stimulieren können, also den Energiestoffwechsel weniger anregen können. Ja, und interessanterweise geht auch die Bildung des Thyroxin bindenen Globulins zurück, das heißt, wenn ich die 4 gebe, das ist ja das Thyroxin, dann habe ich weniger Aufenthaltsdauer im Blut, also das ist ja ein Speicherhormon, die schluckt das ja. und durch die diese Krankheit steht das aber weniger zur Verfügung, das heißt, es wird viel mehr ausgeschieden. Und das ist ein sehr interessantes Nebenphänomen dieser Erkrankung, dass nämlich Sportler auch eine niedrigere Halbwertszeit dadurch haben von T4, das heißt, dieses Speicherhormon hat eine kürzere Aufenthaltsdauer im Körper, weil eben diese Eiweißbindung im Blut verschwindet. Was ist jetzt die Lösung? Man hat versucht, bei Menschen gerade, die fehlernährt waren, Nährstoffe zuzuführen, das scheint eine gewisse Wirkung zu haben, man hat das klassische Kombipäparat T3 und T4 versucht anzuwenden, sind halt von 27 Hormonen nur zwei, hat nicht so gut funktioniert, deswegen auch hier wieder die Frage zu stellen, könnte man nicht hier mal die Forschung bezüglich Vollschilddrüse und Schilddrüsenextrakt ausweiten, es ist sehr zu erwarten, dass das Angebot von allen benötigten aktiven Hormonen hier hilfreich sein könnte, es wird bestätigt durch die Behandlungspraxis über viele Jahre, die ich habe, auch viele, die anwenden dieses Hormonersatz- Präparat berichten es selber, aber auch Therapeutinnen, die damit tätig sind, können es auch bestätigen, ich denke, es ist eine starke Evidenz in der Behandlungspraxis da, könnte man alles schön mit wissenschaftlichen Studien dokumentieren, die bisherige wissenschaftliche Abklärung über die Wirksamkeit von Schilddrüsen, Extrakt- und Vollschilddrüse sind ein bisschen dürftig, es sind einfach nur so beginnende Beobachtungen, die allerdings zeigen, dass es wirkt, gut verträglich ist und viele Vorteile bringt. Wahnsinn! Wahnsinn! Hallo! Wahnsinn! 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 Vielen Dank.